Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei KOL TV. Ja, es ist wieder 17 Uhr und schön, dass Sie dabei sind bei der 5 Euro Überraschungsshow. Die Show, der alle Preise für Sie, für diese Sendung auf 5 Euro herunter reduziert sind. Ganz egal, was die Produkte noch vor wenigen Minuten gekostet haben und auch später wieder kosten werden. Weder Ingo noch ich wissen, was heute auf uns zukommt, aber eine junge Dame, die weiß ist, das ist Diana. Und ich würde sagen, die holen wir jetzt auch ganz ohne Verzögerungen. Und das machen wir mit dem Buzzer, ganz dynamisch. Eine goldene Regel noch, wenn Ihnen ein Produkt gefällt und wir nichts anderes sagen, dürfen Sie jedes einzelne Produkt bis zu 5 Mal bestellen. Dann kann ich dir das ja hier schenken, wenn es für junge Damen ist, hier Diana, für dich. Jetzt bin ich gespannt, wenn du jetzt so auf die Gier gegangen wärst, Ingo. Das ist Adapter, Bluetooth-Adapter. Jetzt dachte ich, da ist Schmuck drin, Ingo. Ich dachte auch. Ich dachte auch. Nein, es ist unser toller Bluetooth-Adapter. Damit können Sie jedes Gerät Bluetooth-fähig machen. Einfach den Klickenstecker reinstecken. Hier haben wir mal so ein Radio, das einen Klickenstecker hat. Das stecken wir hinten rein. Und dann können wir hiermit über Bluetooth Musik hören. Oder Podcasts oder was auch immer, wie Ihre Bluetooth-fähigen Geräte für Sendungen abgeben. Unglaublich universell einsetzbar. Hier bei der Stereoanlage war es auch super fürs Auto zum Beispiel. Ja, viele haben ja ältere Autoradios, die eben nicht Bluetooth-fähig sind. Dann überlegt man schon mal, ein neues Autoradio zu kaufen. Vielmehr geht das nicht wegen der Bauweise. Aber hiermit machst du auch ein älteres Radio Bluetooth-fähig. Ob das zu Hause die Stereoanlage ist, ein Verstärker, den man dadurch Bluetooth-fähig machen kann. Oder eben das Autoradio. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall günstiger als eben ein neues Radio oder eine neue Stereoanlage. Und hier habe ich noch etwas, was ich toll finde, gerade im Auto. Du kannst das Ganze dann auch als Freisprecheinrichtung nutzen. Das heißt, das ist jetzt per Bluetooth dann verbunden. Und wenn ein Anruf kommt, kannst du den dann auch über die Lautsprecherboxen des Autoradios empfangen. Und hier ist ein Mikrofon integriert. Also dementsprechend auch freisprechen. Du kannst damit auch jeden einzelnen Kopfhörer Bluetooth-fähig machen. Weil hier kannst du natürlich auch deinen Kopfhörer reinstecken. Einen ganz normalen Kabel gebundenen Kopfhörer. Und den machst du hier mit Bluetooth-fähig. Also universell einsetzbar für Leute, die eben tolle Geräte haben, die keinen Bluetooth haben. Hiermit kann man das wirklich ganz einfach nachrüsten. Und das Ganze für nur 5 Euro. Hat dein Autoradio Bluetooth? Ja, Gott sei Dank. Ist praktisch, ne? Aber mein erstes Auto in Deutschland hatte gar keinen Bluetooth. Das war dein Golf. Du hattest einen Golf ganz normal. Ja, Golf 4. Roter Blitzer. Einen roten Golf, oder? Einen roten. Ich erinnere mich. Dann kam ein Cabriolet. Ja. Und jetzt hast du ein Hybrid. Hybrid, ja. Hybrid, also. Man verändert sich ja auch. Und auch die Autos. Aber viele Anfänger haben, also wenn sie einen Führerschein haben, eben, ich sag jetzt mal, eine alte Gurke. Ja, einfach so ein Anfängerauto. Und da sind oftmals noch ältere Autoradios drin. Da ist das natürlich perfekt. Übrigens kann man es per Akku betreiben. Ja, 4 Stunden Akkulaufzeit. Oder über Direktstrom. Dann braucht man einfach eine Powerbank oder irgendwo einen USB-Anschluss im Autoradio. Also ich finde das klasse. Spart Neuanschaffungen und macht aus Alt eigentlich schon fast neu. Kopfhörer eine gute Idee. Wir haben ja auch so einen Klinkeranschluss. Und plötzlich ist mein kabelgebundener Kopfhörer, ja, plötzlich Bluetooth-fähig. Also Sie sehen, vielfältig einsetzbar. Ein sehr, sehr beliebtes Produkt bei uns. Und ich kann mich erinnern, also wir hatten das schon mal in der 5-Euro-Show. Und da war es noch während der Sendung ausverkauft. Weil viele eben die Wichtigkeit dieses Produkts erkannt haben. Die Bestellnummer ist die PX4744 und die 569. Viele haben ja auch noch so richtig alte, tolle Stereo-Hifi-Anlagen. Aus den 70er, 80er, vielleicht auch 90er Jahren. Da wusste man noch nichts von Bluetooth. Und jetzt musst du ja nicht so eine Anlage austauschen oder neue Bausteine kaufen. Über den AUX-Anschluss kann man das einfach dann praktisch die ganze Stereo-Anlage Bluetooth-fähig machen. Und Bluetooth ist einfach, ich glaube, zeitgemäß, weil viele streamen von ihrem Handy. Ja, die meisten streamen ja nur noch. Ob das jetzt Musik ist oder Podcast. Das ist alles auf ihrem Handy oder auf ihrem Computer oder auf ihrem Tablet. Hiermit bringen sie es kabellos zu ihrer Stereo-Anlage oder in ihr Autoradio oder sogar drahtlos zu ihrem Kopfhörer. Das finde ich so toll hier. So universell einsetzbar. So praktisch. Und nur 5 Euro. Sie dürfen es auch bis zu 5-mal bestellen. Für 5 Euro ist das ein Riesen-Deal. Wenn man sowas sucht, findet man es vielleicht, aber die kosten normalerweise immer so 20, 30 Euro. Hier die UVP liegt auch bei 20 Euro. Ja, wir haben das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt mit der Freisprecheinrichtung. Also ein Freisprechsystem, das Auto kostet immer mehr als 5 Euro. Das ist hier einfach mit dabei als Zusatzoption. Also ich finde das klasse. Und das ist mit Sicherheit für viele, viele die Rettung, dass wir nicht viel Geld ausgeben müssen und trotzdem ein modernes Gerät dann haben. Ja, toller Start in unsere 5 Euro Überraschungsshow. Sie sehen ein Produkt nach dem nächsten und jedes kostet nur 5 Euro. Danke schön. Sie dürfen alles bis zu 5-mal bestellen, außer wir sagen was anderes. Oh, das ist jetzt natürlich ein Saisonartikel. Das können wir ganz deutlich sehen. Das ist toll. Und Diana, ich bin mir sicher, dir gefällt es auch. Oh ja, ich wollte mir das schon kaufen, aber ich habe gewartet, wann haben wir schon einen guten Preis. Hast du? Und das ist die beste. Ach, du hast gespickelt. Sie weiß ja immer, was in den 5 Euro Schluss kommt. Und du hast jetzt den richtigen Moment. In der Börse hättest du dich strafbar gemacht. Das ist Insiderwissen. Ja. Aber bei uns macht man sich nicht strafbar. Bei uns darf man das. Also das ist natürlich genial. Teelicht rein. Da ist ein Echtglas drin. Und das Ganze ist Echtholz. Also wirklich tolle Materialien. Und ich glaube, jetzt ist genau die richtige Jahreszeit. Es wird ja immer tagtäglich früher dunkel. Es wird tagtäglich früher dunkel. Jetzt haben wir bald die Zeitumstellung. Dann wird es noch früher dunkel. Ein ganz, ganz tolles Teelicht hier. Ganz einfach hier aus Glas. Das heißt, da können Sie auch echte Kerzen reinstellen. Wir haben jetzt hier mal eine LED-Kerze drin. Und damit haben Sie dann dieses tolle, tolle Licht. Was hier diesen Stern eben so zum Leuchten bringt. Also aus Echtholz. Und der Verhälter für die Kerze ist aus Glas. Wie viel bestellst du dir denn davon, Diana? Ich glaube, ich bestelle, also ich brauche zweimal für mein Wohnzimmer. Zweimal für Schlafzimmer. Vielleicht für Küche eine. Und auf dem Balkon, ich glaube. Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Maximal fünf. Also auf jeden Fall fünf. Du musst dich irgendwas streichen oder eine Freundin bitten, für dich auch noch mal ein paar zu bestellen. Das ist eine gute Idee, ja. Es ist einfach schön auch. Ich kann mir das gut vorstellen auf so einem Kaffeetisch, wenn die Freundin kommt und man macht so ein kleines Kerzchen an. Und dann natürlich auch noch dieses Echtholz und echtes Glas. Heutzutage bekommst du ja vieles aus Kunstmaterialien. Und da ist sowas natürlich ein Highlight. Und vor allem bei diesem Preis. Echtholz für fünf Euro. Ich glaube, wenn du Brennholz in der Größe kaufst, das ist mich vollkommen. Ich übertreibe natürlich wieder. Das ist noch nicht teurer. Aber die Holzpreise sind, und das wissen Sie auch, extrem gestiegen. Und deshalb Echtholz, ein Echtholzprodukt mit Glasinhalt für fünf Euro ist schon mal sensationell. Auch dieser Look mit dieser Rinde an dem Holz noch dran ist richtig, richtig klasse. Hier ein tolles, tolles Windlicht aus Holz mit Sterbenmotiv mit der Bestellnummer NX8165 und der 569. Erinnert mich ein bisschen so an meine Grundschulzeit. Da haben wir mit Laubsäge auch immer solche Sachen gebaut. Wir hatten ja wirklich noch Werken. Die Mädels hatten Handarbeit und wir Werken. Heute, ich weiß nicht, ist es gemeinsam irgendwas. Aber wir haben auch Holzsägearbeiten gemacht. Ja, ja. Und da habe ich auch mal so ein Windlicht gebaut. Das ist aber leider abgebrannt, wenn ich mich da richtig erinnere. Es wird nicht abbrennen. Nehmen Sie zur Sicherheit eine LED-Telicht. Nein, da ist ja auch Glas drin, da kommt ja gar keine. Das ist ja absolut sicher. Und jetzt kannst du mir schon schenken. Oh, jetzt kommt Schmuck. Ja, aber guck mal, ich bin schon vorbereitet. Ich darf nichts für mich auspacken. Du bist schon vorbereitet. Ich würde sagen, es ist... Oh, jetzt hast du den Hinweis an dir schon dran. Ich würde es raten, es ist eine Halskette. Ich würde auch raten, es ist eine Halskette. Oh, tatsächlich. Es ist natürlich der absolute Wahnsinn. Und also diesen Herz-Glas-Anhänger, Glas-Herz-Anhänger so rum, der ist wirklich wahnsinnig. Der hat eine Kette aus vergoldet, die ist vergoldet, 45 Zentimeter lang. Und dann dieser Herz-Glas-Anhänger. Aber in diesem Glas-Anhänger ist Blattgold und zwar echtes Gold. 23 Karat Blattgold. Und das ist alles gemeinsam, auch noch mit dieser schönen Schmuckschatulle. Und letztes Jahr vor Weihnachten habe ich eine Werbe-E-Mail bekommen mit einem Schmuckstück, das genau so ausgesehen hat wie das. Auch 23 Karat, genau dieselben Daten. Super Sonderpreis, 49,99 Euro. Das ist ein normaler Preis, ne? Und jetzt haben wir es wir hier in der 5-Euro-Show. Das ist geschenkt. Das ist wirklich geschenkt. Denken Sie bitte auch dran, jetzt schon das ein oder andere Geschenk zu kaufen. Und ich glaube, günstiger kann man da nicht mehr dran kommen. Ja, wenn ich die UVP hier sehe, die liegt, glaube ich, auch bei knapp 50 Euro. Das ist eben echt edles Material hier. Allein der Materialwert sollte hier schon meiner Meinung nach deutlich höher liegen. Und schau mal, wie elegant das aussieht. Das ist also nicht zu protzig, aber auch strahlt trotzdem diese Eleganz aus. Und das ist das, was eben sehr, sehr schön ist. Man kann das mit allen Arten von Kleidung tragen, egal ob das jetzt eben die Abendgarderobe ist oder sportlich. Du hast gesehen, mit Kleid geht das. Ja, zum Beispiel auch mit meinem Sweater auch hier. Das sieht fantastisch aus für jedes Alter. Und ich glaube, nur diese Schatulle, ihr könnt schon für 5 Euro kaufen. Aber heute, Sie kriegen auch diesen wunderschönen Schmuck. Ich bin wirklich begeistert. So glitzert das auch. Und ich habe hier wirklich eine ganze Seite voll Kundenzuschriften. Eine finde ich ganz interessant. War es mir? Ein kleiner Casanova, glaube ich, war das. Und zwar der Christian aus Berlin schreibt, wieder ein Weihnachtsgeschenk. Ich weiß nur noch nicht für wen. Habe bereits im Sommer angefangen, Geschenke für Weihnachten bei Pearl zu kaufen. Das macht immer Sinn. Das ist vielleicht für die zukünftige Herzensdame. Und der Arnold aus Baden-Baden schreibt, es ist eine wunderschöne Halskette, die ich in dieser Form noch nie gesehen habe. Es wird wohl kaum eine Frau geben, die sich nicht darüber freuen würde. Und Sie können sich auch freuen, wenn Sie jetzt eben nicht 49,99 Euro, wie an anderer Stelle bezahlen müssen, sondern gerade mal 5 Euro. Und die Bestellnummer ist die NC 4750 und die 569. Und auch hier, und das wundert mich am meisten, dürfen Sie mehrfach zugreifen, also bis zu 5 Mal. Ja, vielleicht noch für die Tochter, für die Mutter. Ich dachte, du sagst jetzt für die Frau und für die Freundin. Nein, nein. Preisalarm. Preisalarm. Das bedeutet, hier ist ein Artikel, den dürfen Sie nur einmal pro Besteller bestellen, weil wir hier ein kleines Sonderkontingent haben. Es lohnt sich aber wirklich immer. Und ich sehe schon ein absolutes Highlight hier. Auch hier, also wir sind heute schon ein bisschen auf Weihnachten gebürstet. Also das ist auch ein tolles Weihnachtsgeschenk, auch wenn Sie es nicht erkennen. Es ist eines der modernsten Feuerzeuge überhaupt, aus Echtmetall. Diana, ich gebe dir mal eins rüber. Achtung, alle, hopp. Ein Goldstock. Das ist aus Vollmetall. Und das Besondere an diesem Feuerzeug ist, es ist 100% elektrisch. Lichtbögen kreuzen sich, sobald Sie das Knöpfchen drücken und in der Mitte wird die Hitze erzeugt, um eine Zigarette oder ein Kerzendort anzuzünden. Was ich hier toll finde, und das ist nur noch mal ein kleiner Tipp, ist ein Preisernah, maximal eins pro Besteller, aber das ist aus Vollmetall. Man kann jetzt aus diesem Feuerzeug, was es ja unbestritten mehrfach gibt, ein einzigartiges Geschenk machen, indem man es einfach mal gravieren lässt. Und dann ist es ein auf der Welt einmaliges Geschenk. Und Sie haben gerade mal 5 Euro ausgegeben, plus die Gravurkosten, was kostet das? 1,50 Euro pro Buchstabe. Ja, ja. Ja, da machst du zwei Buchstaben rein und dann hast du etwas ganz... Oder Sie kaufen bei uns unser... Multitool. Ja. Achso, mit uns selber gravieren. Ja, natürlich. Also bleiben Sie mit uns. Wir haben in unseren Assoziplinen so viele Sachen noch. Ich finde es toll, so ein Feuerzeug, das ist mal wieder so ein Statussymbol, so ein Feuerzeug. Es ist nicht dieses Wegwerkfeuerzeug, dazu 100% elektrisch, das heißt, Sie haben keine Verbrauchsmaterialien, kein Gas, kein Benzin, keine Feuersteine. Einfach per USB wird das aufgeladen und dann haben Sie jede Menge Zündungen. 200 Zündungen, bis zu 200 Zündungen, das ist natürlich der Wahnsinn. Und es funktioniert bei Wind und mäßigem Regen super, wo normale Feuerzeuge einfach sinnlos sind hier. Und was ich immer denke ist, hören Sie mal zu, so muss ein hochwertiges Feuerzeug klingen. Ja. Und ich habe auch im Tabakwarengeschäft mal, da hast du ja oftmals die Auslage, habe ich so ein Feuerzeug mit dieser Technologie gesehen. Auch Vollmetall, das hat auch 40 Euro gekostet, also 5 Euro ist der Wahnsinn. Wir schauen mal auf den schon günstigen Preis bei Pearl.de. Ja, da sehen wir, dass es 12 Euro normalerweise kostet. Sie sparen mehr als die Hälfte. Ich finde die 12 Euro schon sehr, sehr gut für dieses Feuerzeug. Wir haben es heute in der 5 Euro Show und deswegen kostet es nur 5 Euro. Es lohnt sich jedes Mal. Also ein richtig tolles Feuerzeug, was richtig was hermacht und vor allem keine Verbrauchsmaterialien. Wenn es leer ist, hängen Sie es einfach wieder an Ihren USB-Port und haben wieder 200 Zündungen. Ja, Ladekabel ist übrigens auch dabei. Es ist schön verpackt. Ich weiß, wie das kommt, weil ich es schon gekauft habe. Also das ist eigentlich schon geschenkfertig. Aber nochmal der Tipp, wenn Sie es verschenken wollen, lassen Sie es gravieren. Und dann ist es das kommende Lieblingsfeuerzeug, des oder der beschenken. Weil ich bin mir sicher, so ein Feuerzeug ist dann eben einmalig auf der Welt. Und Sie haben sich nicht in große Unkosten gestürzt. Ja, und es funktioniert bei jedem Wetter, sieht super aus hier. Unser Tina aus Spenge schreibt, kein Gas, kein Benzin, Elektro ist in und es sieht auch noch schick aus. Ja, mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Das ist unser Preisalarm des Tages. Das heißt, Sie dürfen es leider nur einmal pro Besteller bestellen. Die Bestellnummer ist die NX 8778 und die 569. Ein goldenes Feuerzeug für 5 Euro, ohne dass man es nachfüllen muss. Was du heute für Schnäppchen machen kannst, diese Halskette mit echtem Blattgold hier. Jetzt dieses Vollmetallfeuerzeug. Beim Feuerzeug bitte nochmal dran denken, Preisalarm maximal ein Stück pro Besteller. Und unbedingt schnell sein, weil wir haben natürlich immer nur ein Sonderkontingent für diese jetzt hier auch 5 Euro. Und wenn das weg ist, gilt gleich wieder der Normalpreis. Wenn Ihnen was gefällt, am besten immer gleich ans Telefon. Denn alle Ihre Bestellungen über den Tag werden gesammelt. Sie zahlen maximal einmal Porto, beziehungsweise Versand. So, und jetzt lassen Sie es weitermachen. Sie können so oft anrufen, wie Sie wollen. Nur einmal Versandkosten zahlen pro Tag. Das ist doch mein Argument hier. Das ist schon wieder, das ist unglaublich. Das ist alles für mich. Ich kriege immer Sachen für dich. Für Frauen heute. Der Kost. Oh, guck mal. Was ist das? Mein Spiegel. Ich würde sagen, zu 99,5 Prozent ein wirkliches Frauenprodukt. Ja. Du kennst es schon. Aber ich glaube, es muss ja Männer kann auch sein. Ja, okay. Vielleicht der ein oder andere Mann. Aber es ist ein klappbarer Schminkspiegel, der auch noch mit LEDs beleuchtet ist und dann auch noch einen eigenen Ständer hat. Das heißt, unterwegs mal, wie heißt es so schön, ich muss mir mal die Nase pudern. Und das geht eben am besten, wenn man sich im Spiegel sieht. Aber durch diese Flügel, links und rechts, haben sie im Prinzip nur ruhig Umsicht. Man sieht also nicht nur eindimensional, man sieht fast schon dreidimensional. Und ich finde das klasse. Diana, was kosten solche Schminkstiefel, wenn du Schminkspiegel jetzt sagst? Schminkstiefel. Schminkstiefel, nein. Schminkspiegel in einem Drogeriemarkt. Schminkspiegel kostet, ich glaube, ungefähr 15, 20 Euro mindestens. 15 bis 20 Euro, ja. Aber hier mit Licht, also das Extra-Licht, das ist immer gut, ich finde, ja. Natürlich, das ist klappbar, das bedeutet, das kratzt nicht. Und natürlich, das haben sie hier drei verschiedene Spiegeln, ja. Das bedeutet, sie können auch von der Seite an selbst gucken. Und guck mal, wie schön, das auch haben wir ein kleines Füßchen. Das kann auch stehen so schön. Sie können das immer mitnehmen. Also ich finde, das ist einfach ein idealer Spiegel. Ja, 17.17 Uhr in Dassel, die Frisur sitzt und Diana hat es jetzt gerade kontrolliert. Hier, Caro aus Treppgau hat noch einen ganz anderen Vorschlag. Sie sagt nämlich, sehr gut beim Camping, der Spiegel hat heller geleuchtet als meine Taschenlampe. Auch beim Camping kann man ein bisschen auf Körperpflege achten. Und da sehen Sie, wie toll das aussieht, ja. Das ist so herzförmig, die Lichter auch noch. Ich sehe dich irgendwie dreimal. Machen Sie aus einer Diana drei Dianas. Also ich finde das auch klasse. Ich sehe auch drei Dianas jetzt. Gefährlich, hm? Ich sehe jetzt auch drei Dianas. Ja? Nein, das ist aber ein wirklich toller Schminkspiegel, der eben auch platzmäßig, also nicht viel Platz wegnimmt. Und hier beleuchtet mit so kleinen, da sind acht LEDs dran, die dann eben auch noch hier in Herzform sind. Also sehr, sehr schön. Guck mal. Die Bestellnummer ist die NX8364 und die 569. Ich kenne viele Damen, die haben so einen kleinen Schminkspiegel in der Tasche. Aber das Problem ist, dann hast du noch einen Schlüsselbund oder was anderes. Dann zerkratzt nochmal der Spiegel die Oberfläche oder sie geht kaputt. Hier hast du sie ja bei Nichtgebrauch immer geschützt, weil es zugeklappt ist. Man macht ihn nur auf und hat dann immer mit Sicherheit einen ganzen Spiegel, der nicht verkratzt ist. Vorsicht, die Beleuchtung, die du gesagt hast, ist natürlich auch noch extra. Also ich glaube, das ist auch ein gern genommenes Geschenk von allen Damen. Aber die Damen dürfen sich das natürlich auch selbst kaufen. Geschenke, das ist ja die Gelegenheit hier, unsere 5-Euro-Show, um mal richtig tolle Geschenke zu holen. Wie gesagt, fast alles dürfen Sie fünftmal bestellen. Jetzt kommt noch Schmuck, oder? Nein. Nochmal Schmuck. Das ist etwas für alle. Das sind jede Menge Teile. Oh, ich glaube, ich weiß, was es ist. Es ist ein Zweierset-Teleskop, Edelstahl-Trikhalme. Es ist etwas Geniales. Ich verteile mal. Ich verteile mal. Bitteschön. Also ich habe im ersten Moment, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, und es ist ein Zweierset, habe ich gedacht, das ist so eine ganz extravagante Zigarrenhülle. Ja, ja, so sieht es aus mit einem Stift oder so. Aber wir wissen mittlerweile, was es ist, und Sie wissen es auch gleich. Es ist nämlich Ihr eigener Trinkhalm. Und den kann man jetzt hier am Schlüssel oder an den Hosen immer mit dem Karabiner mitnehmen. Und wenn man irgendwo was trinkt, kann man ganz extravagant diesen Teleskop-Trinkhalm rausziehen. Sie sehen, richtig schön ausziehbar. Und jetzt den Cocktail schlürfen oder was auch immer. Waschbar, maschinenfest, rostfrei und immer hygienisch. Weil du ja der Einzige bist, der diesen Trinkhalm benutzt. Und es sind ja diese, ja, ich sage mal gerechterweise, die Plastik-Trinkhalme sind ja verschwunden. Ja, aber jetzt bekommst du so komische, labbrige Papiertrinkhalme. Wenn man damit mal getrunken hat, das geht die ersten zwei Minuten gut. Und dann hat man das Gefühl, man hat nur noch Papier im Mund. Dann ist das hier mit Sicherheit eine sehr, sehr elegante und eine immer wieder zu verwendende Alternative. Vor allem super praktisch. Die kannst du ja in die Spülmaschine tun. Du kriegst hier auch noch so eine kleine Bürste dazu, damit du dann auch noch sauber machen kannst. Also ein super Produkt, eben für unterwegs auch, weil es so klein transportabel ist mit dieser schönen Schatulle, die noch dabei ist. Du sagst, es sieht aus wie so eine Zigarre, aber es ist wirklich sehr, sehr edel gemacht hier. Und ich habe sowas auch noch nie vorher gesehen. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich habe schon Glas-Trinkhalme gesehen, aber Teleskop-Edelstahl-Trinkhalme habe ich noch nie gesehen. Und jetzt mit dieser extravaganten Verpackung noch. Und nochmal der Hinweis, es ist ein Zweierset für 5 Euro. Also das ist wirklich mal etwas, was man auch als Gag sich holen kann. Jetzt überleg mal, du gehst so als Gespenst bei der Halloween-Party und trinkst dann dein eigenes Trinkhalm aus Edelstahl. Also ich finde das klasse. Und ich glaube, damit erwächst du auch so ein bisschen Aufmerksamkeit. Hier schreibt übrigens der Yannick aus Tachering, dass man den sogar noch gravieren lassen kann, um ihn noch individueller zu machen. Das ist so ein Gebrauchsgegenstand, den man hier eben einfach dann mitnehmen kann, mit dabei haben kann. Der nimmt wirklich nicht viel Platz weg durch die Schatulle dabei. Und Sie kriegen die kleine Bürste auch noch dazu. Alles hier in diesem Paket. Zweierset Teleskop-Edelstahl-Trinkhalme mit Bürste und eben dieser Anhängerbox. Das hat die Bestellnummer NX62-81 und die 569 für dieses tolle Trinkset hier. Zweierset, Sie kriegen zwei davon. Und es ist ja wirklich umweltfreundlich. Ja, natürlich, viel umweltfreundlicher als alles andere. So. Jetzt bin ich gespannt. Darf ich mal auspacken? Ja. Oder ist es wieder für dich? Das ist für alle. Das ist wirklich für alle. Oh, das liebe ich. Wir haben die ganz selten bei uns in der Show. Das sind Trinkbecher, also Zahnputzbecherhalter fürs Bad, die man ganz einfach anbringen kann, ohne zu bohren. Die haben nämlich einen Saugnapp und halten dann felsenfest an Fliesen. Wenn Sie ein Badezimmer mit Fliesen haben, ist es immer sehr schwierig, da reinzubohren. Wenn Sie zur Miete wohnen, ist es sogar verboten meistens. Hier kann man das mal ganz einfach an der Wand anbringen. Ja, und trotzdem eine Traglast von 5 Kilo. Da können Sie also auch statt den Bechern vielleicht Glas reinmachen. Aber was ich wichtig finde, man könnte jetzt mutmaßen, bei 5 Euro, dass das alles Kunststoff ist. Nein, es ist Edelstahl. Das Gehäuse ist Edelstahl. Ja, die Becher sind natürlich aus Kunststoff. Aber genau das, was du gesagt hast. Ich habe zum Beispiel bei mir den Zahnputzbecher immer auf dem Waschbecken stehen. Auch wenn du mal sauber machen willst, der steht immer im Weg. Jetzt nach oben hängen, ohne bohren zu müssen, ist doch viel einfacher. Und 2 ist mit Sicherheit kein Fehler. Und der Rainer aus Meisen, der hat uns noch eine andere Anwendungsidee. Und der schreibt uns nämlich, das Produkt wurde bereits im Wohnmobilbad angebracht. Und das entspricht voll meinen Erwartungen. Da hast du nur so dünne Wändchen im Wohnmobil. Da bleibt ja eigentlich gar keine andere Möglichkeit. Aber das ist clever. Das ist richtig clever. Und den Halter selber, den können Sie abmachen und dann in die Spülmaschine tun. Das ist ja auch oft so bei diesen Chromsachen im Badezimmer. Die laufen dann an mit Zahnpasta-Spritzern oder Haarspray oder sonst irgendwas. Die sind auch noch super komfortabel zu reinigen und sehen immer aus wie neu dadurch. Ja, hier kommt noch ein Tipp, weil du sagst, es sieht immer aus wie neu. Unser Tipp, ab und zu mal in den Geschirrspüler packen. Dann glänzt der Stahl wieder wie am ersten Tag. Also auch das funktioniert hier. Und gerne auch mal, man hat ja auch andere Sachen, die man irgendwo abstellen will. Zum Beispiel in der Duschkabine. Und überall, wo Fliesen sind, hält das natürlich mit Sicherheit. 5 Euro, ich finde, das ist ein klasse Preis. Und ich sage Ihnen jetzt auch schon die Bestellnummer, die NX9051 und die 569. Ja, ein toller, toller Zahnputzbecherhalter hier, der richtig viel Gewicht aushält. Da können Sie eben auch richtige, als andere Becher noch reintun, denke ich. Obwohl ich die schon sehr, sehr praktisch finde. Gerade dieser Kunststoff sieht sehr elegant aus und ist halt stabiler als Glas. Ja, der eine oder andere möchte halt Glas. Aber das ist ja egal. Bei 5 Kilo Tragekraft kannst du da auch echtes Glas reinmachen. Aber das ist Geschmackssache, was jetzt schöner ist oder weniger schön. Das weiß ich nicht. Mir gefallen auch diese Plastikbecher ganz gut. Ja, und wie gesagt, kein Bohren notwendig, an Fliesen oder eben im Wohnmobil, wie wir gehört haben, wo man eben schlecht bohren kann und hält felsenfest. Das dürfen Sie auch bis zu 5 Mal bestellen. Vielleicht noch einen für die Dusche, wo Sie dann Ihre Duschgel reinstellen können. Also super Produkt hier, sozierte für jedes Badezimmer. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, was sowas im Fachhandel kostet. Aber auf 10, 15 Euro hätte ich getippt und dann weiß ich nicht, ob man Edelstahl hätte. Dann ist es wahrscheinlich noch eine Kunststoffkonstruktion. Hier haben wir Edelstahl mit der Saugnapfhalterung. Übrigens Saugnapf und Unterdruck. Also doppelte Sicherheit beim Halten und dementsprechend auch sehr, sehr sicher. Nochmal die Bestellnummer. Die NX 9051 und die 569. Die 569 bitte immer hinten dranhängen, weil nur damit bekommen Sie den fantastischen TVO-Sonderpreis. Und immer dran denken, bei jedem Produkt, das Ihnen gefällt, schnell sein. Denn wir haben immer nur begrenzte Kontingente. Wenn die weg sind, gilt gleich wieder der Normalpreis. Und hier kann man damit rechnen, dass das mindestens 10 Euro normal kostet. Also UVP sehe ich gerade, ist hier 20 Euro. Das heißt, Sie sparen richtig Geld hier mit unserem Zahnputzbecherhalter, der noch mit den zwei tollen Zahnputzbechern dazukommt, ganz einfach in der Spülmaschine reinigen. So, und jetzt möchte ich mal buzzern. Hier ist es und wir bekommen Spielzeug. Spielzeug? Das ist zu klein. Das ist zu klein. Technik, auch gut. Oh ja, jetzt kommt was ganz Interessantes. Das ist, also so ist die Originalverpackung. Und ich sage Ihnen mal, wie das Original heißt. Mikro SD, Kartenleser und USB Adapter Set. Und jetzt sehen wir mal, was man hier alles machen kann. Und Ingo, das gibt hier wirklich vielfältige Möglichkeiten. Ja, es ist ein Universaladapter für Ihr Handy. Da können Sie dann an Ihr Handy einen USB-Stick ranmachen. Sie können Mikro SD-Karten damit lesen. Sie können Daten hin und her spielen von Ihrem Handy auf Ihrem Computer. Ganz, ganz einfach über USB. Da sind diese ganzen Adapter dabei hier für Mikro USB und USB Typ C. Damit bekommen Sie dann eben Daten hin und her. Oder können auch, was ich ausgesprochen praktisch finde, wenn man sich mal einen Film mitnehmen will. Der ist ja immer relativ groß von der Datenmenge. Brauchen Sie nicht den Speicher Ihres Handys oder Tablets belasten mit. Dann stecken Sie einfach hier einen normalen USB-Stick in Ihr Handy, auf dem der Film drauf ist. Und dann können Sie unterwegs so viel gucken, wie Sie wollen. Natürlich auch zur Datensicherung. Diana, wir haben uns heute mal wieder darüber unterhalten. Hast du Deine Handy-Daten schon mal gesichert, Deine Fotos? Noch nicht, aber ich habe schon Angst, weil das war schon bei mir ein Fenster, mein Speicher ist voll, ne? Ja. Speicherkarte. Und ich habe schon, ich glaube, über 35.000 Fotos. Wenn das Handy weg ist, dann sind die nämlich weg. Und das ist das Doofe. Hier kann man nämlich ganz einfach mal eine Sicherung davon machen, ohne groß jetzt sich irgendwelche Kabel oder sonst irgendwas zu besorgen. Einfach mit diesem Adapter. Da kann man einen ganz normalen USB-Stick oder eine Micro-SD-Karte nehmen und dann mal eine Datensicherung machen. Also man kann das als Kartenlesegerät nehmen, als Adapter für Micro-USB, USB-C oder dann auch USB-A und natürlich auch für alle OTG, also On-the-Go heißt das, wegen Smartphones kann man das auch als Speichererweiterung zum Beispiel nehmen. Und es ist ein vierteiliges Set, also Lesegerät, es sind Adapter und somit ist eigentlich die Übertragung von jedem Gerät, von jedem elektronischen Gerät, auf jedes andere möglich, ohne lange suchen zu müssen. Also ich finde es toll und ich denke für solche Adapterlösungen, du zahlst ja für einen so einen Stecker, also einen so Adapter zahlst du schon 4, 5 Euro im Fachgeschäft. Jetzt haben wir vier verschiedene, die Ihnen alle Möglichkeiten geben, inklusive dem Kartenlesegerät. Also das ist hier die perfekte Ausstattung und günstiger kann sowas nicht werden. Ja, vor allem versuch mal sowas zu finden erst mal. Also im normalen Elektronikfachgeschäft findest du sowas nicht. Hier alles zusammen für 5 Euro kann man eben auch mal verschenken. Gerade wenn Sie sich Sorgen darüber machen, ob Ihre Daten gesichert sind, ob Ihre Fotos gesichert sind, so wie bei Diana, sollten Sie sich unbedingt dieses tolle, tolle Set hier holen. Mit der Bestellnummer PX2341 und der 569. Dürfen Sie auch gerne bis zu 5 Mal bestellen, das ist ein tolles Geschenk auch. Das ist auch schon wieder unsere 5 Euro Überraschungsshow gewesen. Die Zeit verging wie im Flug. Der 5 Euro Express ist am Ziel angekommen. Jetzt liegt es an Ihnen, schnell anzurufen, bevor die Kontingente alle gehen oder 2 Stunden vorbei sind. Das ist unser Limit hier. So lange halten wir den Preis für Sie. Also ran ans Telefon und viel, viel Spaß mit unseren Produkten. Ich habe tolle Sachen gesehen, Sie mit Sicherheit auch. Also ran ans Telefon. Mua!